Mal etwas zum schmunzeln zwischendurch und zwar, ihr wisst ja, dass ich den Harixco Mixer jetzt gerade zu testen bei mir habe und jetzt möchte ich euch ein Video zeigen, was ihr mit diesem Harixco Mixer theoretisch machen könnt weil ihr macht das natürlich nicht, weil Glasstaub ist eines der aggressivsten Mittel überhaupt und deshalb bitte nicht nachmachen, aber nur mal so als kleines Amüsement quasi am Rande was man auch mit einem Harixco Mixer machen kann Sollte 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 Das ist so schön. Das war's für heute. Spannende Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.